Eine Note sagt nichts. Nichts. Nullkommanichts. Und von wegen Kinder was werden, was suchen wir denn ein Leben lang? Die Liebe zum Detail, dass wir uns freuen können, dass wir mit Begeisterung aufstehen können, Gesundheit, dass wir nicht voreingenommen sind. All das haben die Kinder, bis wir dann etwas aus ihnen machen. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute freue ich mich, euch einen Interviewpartner vorzustellen, der nicht unbedingt aus dem politischen Spektrum kommt, sondern sich eher mit Bildungsfragen sein Leben lang schon beschäftigt hat. Darüber möchte ich auch heute sprechen. Das Thema wird sein Schule der Zukunft. Dafür begrüße ich ganz herzlich den Bildungsrevolutionär, Visionär und vielleicht auch Pädagogen Riccardo Leppe. Hallo Riccardo. Danke für die Möglichkeit. Ja, lieber Riccardo, wir sind hier in Augsburg am Rande eines Seminartages. Zwei Seminartage stehen hier an. Du wirst hier heute darüber referieren, über deine Bildungsideen, über den, ich vermute mal, auch aktuellen Stand. Und wir sind hier zusammengefunden, das erste Mal jetzt auch in Person. Ich habe natürlich auch schon einige Videos von dir gesehen. Es gab auch ein bekanntes oder ein reichweitenstarkes Interview, das du mal mit Gunnar Kaiser geführt hast, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Und ja, wir möchten uns, wie gesagt, heute über deine Bildungsprojekte unterhalten. Und vielleicht aber mal zu Beginn für all diejenigen, die dich nicht kennen. Wie kamst du denn dazu, dich mit dem Thema Bildung überhaupt zu befassen? Denn du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Du hast mir jetzt gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass du auch mal eine Wasserfirma gegründet hast. Du hast drei Jahre mit Inkas in Südamerika gearbeitet. Du bist eigentlich gelernter Zauberkünstler. Also du warst wirklich, hast einen sehr bunten Lebenslauf. Also vielleicht ein paar Sätze zu dir und warum das Thema Bildung? Ich wollte Bildung nie machen. Das verstehen die meisten gar nicht. Ich wollte nie was damit zu tun haben. Aber wie heißt es so schön, willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm von deinen Plänen. Oder wie Mama immer so schön sagt, Ricardo denkt und Gott lenkt. Und egal, was ich mir in meinem Leben vorgenommen habe, ja, ich komme dort schon hin. Aber es sind dann immer irgendwie andere Dinge, die zusätzlich passieren. Ich wollte nie eine Wasserfirma gründen. Ich wollte nie was mit Bildung zu tun haben. Ich wollte nie Schulen gründen. Es war nie, wenn du mich mit 16 gefragt hast, es war nie auf meinem Plan fürs Leben. Aber auf einem anderen Plan anscheinend. Und wenn ich mir das rückwirkend ansehe, wie heißt es so schön, das Leben lebst du vorwärts und verstehen du es rückwärts. Und dann merke ich, oh, mein ganzes Leben lang wurde eigentlich darauf hingeschnitten. Meine Eltern haben vom Bildungssystem damals nichts gehalten und haben mich zu Hause unterrichtet, die ersten Jahre. Allerdings nur 30 Minuten pro Woche. Und das funktioniert, wenn du dich damit beschäftigst, wie gewisse Thematiken im Hirn funktionieren. Ich meine, du kennst das, Nachmittag 500 Pokémon, auswendig lernen bei den Kindern, kein Problem. Drei Buchstaben einer Chemieformel ist zu viel. Also sage ich, liegt es ja dann wohl nicht am Kindergehirn. Fass uns würde beides nicht funktionieren. Ich habe das auch mit Senioren gemacht. Also 88, 90-jährige Menschen, die im Altersheim sitzen und sagen, du, ich kann mir gar nichts mehr merken. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Schwester heißt, die jeden Tag reinkommt. Oder ob ich die Tablette heute schon genommen habe. Die sagen, da oben funktioniert nichts mehr. Und ich sage immer, nein, du weißt nicht, wie es funktioniert. Und ich bin zu denen reingegangen und habe dann gesagt, grüß dich, ich bin der Ricardo. Wie oft muss ich deinen nackten Arsch durch das Brennnesselfeld da hinten durchschleifen, bis du dir merkst, wie ich heiße und wo die Brennnesseln wachsen. Ich sage, wie oft viermal, fünfmal, sechsmal. Und egal wann, ich komme nach nächster Woche wieder und die wissen alle, hey Ricardo, du da drüben sind, die Brennnesseln, alles gut, wir müssen nichts machen. Ich sage, also funktioniert es noch. Wir müssen wissen, wie ich damit umgehe. Und das macht einen großen Unterschied. Und da wussten meine Eltern zumindest ein paar Basispunkte. Deswegen hat das mit dem Lernen so schnell funktioniert. Dann habe ich eine, wie soll ich sagen, relativ normale Schullaufbahn nachher hingelegt ab dem Gymnasium. Normal ist ein sehr dehnbarer Begriff, wenn du in der Früh geweckt wirst. Guten Morgen, Ricardo, möchtest du heute in die Schule gehen? Und wenn ich gesagt habe, nein, war nein. Tür wieder zu. Und die Lehrer konnten nichts tun, weil ich aufgrund dessen, dass ich schnell lernen konnte, sehr gute Ergebnisse hatte. Und sie drohen dann maximal immer, ja, wir rufen deine Eltern an. Sag ich, super. Ich wusste, die stehen hundertprozentig hinter mir. Bin dann danach eben Zauberer geworden für Erwachsene. Und in der Zauberei musst du dich mit diesen Thematiken beschäftigen. Stell dir mal vor, du gehst in eine Zaubershow, ich lasse dich eine Karte ziehen und dann vergesse ich die Karte. Ja, das ist mit drei Leuten lustig, wenn du da vor 500 Leuten sitzt und du musst die Show nochmal neu starten, ist das nicht so lustig. Das heißt, das ist ein Job, da muss das sitzen. Da kann es auch nicht sein, dass du jemandem die Hand schüttelst und nach fünf Sekunden denkst, der Kacke, wie heißt der? Das sind alles Dinge, Memotechnik, Loggedechnik, Speedreading, gutes Zahlengedächtnis, gutes Namensgedächtnis, ist Voraussetzung für eine Zauberei. Und hier auch ein wichtiger Punkt, es gibt kein schlechtes Namensgedächtnis. Es gibt ein trainiertes und ein untrainiertes. Wenn man nicht immer sagt, ja, aber ich habe keins, deswegen kann ich nichts, das ist ein Blödsinn. Du hast ja auch keinen schlechten Bizeps oder einen schlechten Hintern oder schlechte Schultern. Du kannst untrainierte Muskeln haben, aber keine schlechten Muskeln, das gibt es so nicht. Und Menschen, die sagen, ja, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis zum Beispiel, die scheitern immer in Frage Nummer eins. Und die lautet, weißt du, wie es funktioniert und hast du es jemals trainiert? Dann kommt immer ein Nein. Du weißt nicht mal, wie es funktioniert und sagst, das ist schlecht bei dir? Du erwartest ja auch nicht, dass du Klavier spielen kannst, wenn du noch nie Klavier gespielt hast, oder? Würdest du nicht erwarten von dir? Und das sind so Basics des Lernens. Und da habe ich halt über die Zauberei dann viel gelernt. Und ja, dann bin ich per Zufall, wie heißt es so schön, Zufall ist, was fällig wird und was dir zufällt, bin ich mit 25 dann in eine Schule reingestolpert, weil mich eine Lehrerin eingeladen hat, weil sie gemerkt hat, ich rechne ganz anders und ich sehe Zahlen ganz anders. Und das hat sich fasziniert. Und ich habe gesagt, zeig das mal meiner Klasse. Und dann haben wir dort das Einmaleins von einem Jahr Lernzeit auf eine Stunde runter reduziert. Und das hat sich rumgesprochen in den Schulen. Und plötzlich war ich jeden Tag an Schulen unterwegs für alle möglichen Schulgegenstände. Und das ist gewachsen wie die Seuche in alle Richtungen gleichzeitig. Und dann habe ich über 50.000 Kinder gefragt, wie sie sich Schule und Lernen vorstellen. Und daraufhin Schulmodelle aufgebaut. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Und das ist jetzt heute quasi hier in Augsburg. Und du bist ja, du hast eine Bayern-Tour jetzt gerade. Du bist sehr viel unterwegs. Du hast vorhin mir auch kurz erzählt, dass du eigentlich kaum mehr wirklich noch dazu kommst, einen geregelten Tagesablauf zu haben. So viel ist das mittlerweile. Und darüber möchten wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber erst mal, ich habe mir deine Seite angeschaut, wissenschaftfreiheit.de. Und da führt ihr vier Prinzipien... Komm, komm. ...punktcom, Entschuldigung. ...de wird irgendwo ins Leere führen. Ja, ja, stimmt. Da führt ihr vier Prinzipien auf. Das eine ist Dezentralisierung von Bildungsmacht. Freier Zugang zu Bildung für die ganze Welt. Freie Bildungsentscheidung auf allen Ebenen für eine bessere Zukunft auf diesem Planeten. Genau. Also es geht ja mal um drei Punkte. Ja, kannst du die einmal kurz ausführen? Was sind die wesentlichen Prinzipien deines Vereins und worum geht es da? Genau. Die Dezentralisierung von Bildungsmacht heißt, ich möchte, dass die Schule, wo du vor Ort bist zum Beispiel, wenn sich dort Eltern, Lehrer und Kinder zusammensetzen und sagen, wir wollen aus einer Waldorfschule eine staatliche Schule machen, dann sollen die das dürfen. Wenn sie eine staatliche Schule zusammensetzen, du, wir wollen aus unserer staatlichen Schule eine Montessori-Schule machen oder eine freie Schule oder eine freie Schule zu einer Montessori-Schule oder wie auch immer, dann sollen sie das dürfen. Und nicht irgendein zentraler Sesselfurzer, der im Normalfall noch nie mit Kindern gesprochen hat, meistens selber sogar keine hat, der entscheidet, wie Millionen Kinder wann wie behandelt werden müssen. Das kann nicht funktionieren. Die Menschen vor Ort, die wissen, was ihre Kinder gerade brauchen. Die wissen, was die Region gerade braucht. Das meine ich mit Dezentralisierung. Ich möchte, dass die kleinsten Einheiten, das sind die Schulen oder die Eltern, frei entscheiden können, in welche Richtung entwickeln wir uns. Welche Richtung das ist, geht mich nichts an. Ob das meine ist, ob das Gerald Hütter ist, ob das in die Richtung Birkenbill ist, das interessiert mich gar nicht. Ich möchte aber diese Entscheidung haben. Und das andere ist, da kommen wir dann auch gleich dazu, die freie Bildungsentscheidung heißt für mich, du und deine Partnerin, ihr entscheidet, staatliche Schule, Montessori-Schule, Waldorf-Schule, private Schule, Riccardo-Schule, Flavio-Schule, Peter-Schule oder gar nicht in die Schule, weil es für dein Kind einfach nicht passt. Und diese Entscheidung möchte ich gleich berechtigt haben. Und dann sehen wir, wo die Menschen hingehen. Ich sage mal, wenn die staatliche Schule so toll ist, dann können wir die Entscheidung doch freilassen, dann gehen doch eh alle hin, oder? Wenn der Öffentlich-Rechtliche so toll ist, dann könnte er das doch wie Netflix machen und die Beiträge freistellen. Freiwilliges Angebot, wo Druck, Angst und Strafe herrscht, ist eine Lüge dahinter. Immer. Das ist im Leben so. Und wir könnten doch, das wäre doch das Einfachste, dass wir sagen, okay, freie Bildungsentscheidung, jeder soll frei entscheiden, wo er hingehen möchte. Und dann sehen wir, was die Menschen machen. Das ist wirklich freier Wille. Alles andere ist irgendeine von oben aufgedruckte Diktatur. Das ist kein freier Wille. Und dann muss die Vielfalt entstehen. Dann muss es gleich schwierig und leicht sein, eine staatliche Schule wohin zu bauen wie eine freie Schule. Oder eine Lerngruppe. Und dann sehen wir wiederum, was möchten die Menschen. Da gibt es mehrere Mechanismen, wo man das sehr einfach gewährleisten kann. Und das andere ist, warum auch der Name so heißt, Wissen schafft Freiheit mit zwei F von schaffen, weil die Bildung, die weltweit nicht da ist. Deswegen nennt man sie auch Ausbildung, Aus mit der Bildung. Die ist ja dann oft nicht da. Und ich war in Südamerika, ich war in Indien, ich war in vielen Regionen auf dem Planeten, wo Menschen unterdrückt werden über Nichtwissen. Die wollen lernen. In Pakistan gibt es Kinder, die wollen. Aber da ist kein Geld zu machen. Deswegen bringen die denen nicht mal Lesen bei. Und darüber wirst du unten gehalten. In ganz vielen Bereichen auf diesem Planeten. Und ich möchte, dass Basisbildung, der muss jetzt nicht Raketenwissenschaft oder Jus gratis studieren dürfen. Basiswissen frei verfügbar ist für den ganzen Planeten. Deswegen, ich weiß nicht, ob du mal im WSF-Kurs drinnen warst. Da gibt es keinen Login und du kannst jede Sektion einzeln runterladen. Dezentralisiert, frei für alle verfügbar. Und ich habe mittlerweile, ich glaube, 65 Länder, die monatlich bei mir auf die Webseite gehen und sich die Inhalte ansehen. Und Mexiko-Schüler, die das an anderen Schulen verbreiten. Ich durfte im indischen Parlament darüber sprechen. Ich war in Vietnam im Bildungsministerium. Ich bin von Nepal oder Bhutan, Bhutan war das, eingeladen worden. Das glücklichste Land der Welt. Ja, da gibt es Glücksunterricht. Und überall verbreitet sich das. Und ich möchte dort, dass dieses Basiswissen, was da drinnen ist, und da gehört für mich auch Wissen zur Gesundheit, da gehört für mich Wissen zur Geburt, da gehört zu Wissen, wie funktioniert mein Gehirn. Wie lesen, schreiben, Grundrechnungsarten, wie eigne ich mir Wissen an. Und wenn du diese Basis hast, kannst du dich in alle Richtungen weiterentwickeln. Wohin du dich weiterentwickelst. Ob du dann sagst, ich will Arzt oder Mechaniker oder Schauspieler werden. Das geht mich wieder nichts an. Ich will dir zeigen, wie du lernst, nicht was du lernst. Und das möchte ich, dass jeder da einen freien Zugang auf den Planeten hat. Und das wird auch passieren. Und da wäre jetzt meine nächste Frage, wie das natürlich auch ein Stück weit konkret aussieht. Weil ihr habt jetzt auf eurer Internetseite Lokalgruppen zur Vernetzung im ganzen deutschsprachigen Raum. Selbstverständlich in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland haben sich mittlerweile sehr viele Gruppen zusammengetan. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl gesehen, aber es sind wahrscheinlich viele. Also kannst du da mal so ein bisschen erklären? Ihr habt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch keine Schulen im klassischen Sinne, die gegründet werden. Also was ist da der Ansatz dieser Lokalgruppen? Und wahrscheinlich wäre jetzt eine Frage einer Mutter oder eines Vaters, der jetzt zuhört, den du vielleicht schon begeistern konntest von deiner Idee. Wenn ich jetzt mein Kind zu dir schicke, wie ist denn überhaupt gewährleistet, dass aus dem Jungen oder aus der Tochter mal was wird? Das Kind ist schon, da muss nichts draus werden. Das ist die einfache Antwort. Ich arbeite auch nicht mehr mit den Kindern, ich arbeite nur noch mit den Eltern. Es wacht kein Vierjähriger in Deutschland jemals auf und sagt, du Papa, wenn ich kein gutes Abi schreibe, bin ich im Leben nichts wert und zu blöd. Das sind die Erwachsenen, die sich Gedanken haben und mit denen müssen wir arbeiten. Ich habe die ganzen letzten Tage immer vor den Vorträgen mit Schulgründungsgruppen verbracht. Bei den einen ist nach drei Stunden ganz klar rausgekommen, wir gründen keine Schule für Kinder, wir machen eine Erwachsenenschule. Wir haben die Probleme, nicht die Kinder. Alle Kinder wollen lernen. Schau deinen Fünfjährigen an, Papa, wie geht das, Mama, wie geht das, warum ist dies, warum ist das, ich mag das mit. Und dann stellt die Schule das ab. Und dann suchen wir oft ein Leben lang wieder dorthin, weil wir uns nicht mehr begeistern können, weil wir keinen Spaß mehr haben an neuen Dingen. Das Geheimnis ist, viel weniger davon zu machen. Und keiner kann mir die Kinder schicken. Ich habe das lang gemacht, Nachhilfestunden und alle möglichen Problemkinder angenommen, mit grandiosem Erfolg. Aber wenn ich die Eltern nicht mitnehme, ist das von kurzer Dauer. Und jedes Mal, wenn mir die Eltern sagen, du, mein Kind hat ein psychologisches oder ein Mathe-Problem oder was auch immer, darf ich es dir schicken, sage ich, nein, aber du bist willkommen. Sag ich, ja, aber mein Kind, sage ich, nein, nein, glaub mir, das ist bei dir. Es ist immer das gleiche Spielchen. Und ich gründe auch keine Schulen. Sonst könnte man das ja unter meinem Namen dann wieder kaputt machen. Ich will auch nicht, dass jemand in meinem Namen Schulen gründet. Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte, dass die Menschen in diese Eigenverantwortung, in diese Eigenmacht kommen, wie auch immer sie sich Schule vorstellen, dass sie das durchsetzen können. Ich möchte die Rahmenbedingungen machen. Ich habe eine riesige Bibliothek auf der Webseite zu allen möglichen Dingen. Was du davon umsetzt, geht mich nichts an. Das ist wie eine öffentliche Bibliothek. Da kannst du doch auch, da gibt es Bücher von Esoterik bis zu Krieg. Was du nimmst, ist doch deine Verantwortung, oder? Aber das alles da ist, ist doch schön. Alle Optionen offen stellen. Und wenn du mir die Kinder schickst, wenn du jetzt sagst, so wie ich das machen würde, ich würde gar keine Schule machen, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich hätte Homeschooling mit meinen Kindern gemacht. Hättest du mich vor acht Jahren gefragt, hätte ich es wahrscheinlich an eine freie Schule gesteckt. Fragst du mich die letzten fünf Jahre, sage ich nichts davon, gar nichts. Nicht mal annähernd. Aber das ist ein Prozess, dort hinzukommen. Und speziell in Deutschland, dem überbürokratisiertesten Land der Welt, ist es schwierig, im Kopf das loszulassen. Ja, aber der braucht doch einen Abschluss, sage ich. Nein, der braucht er nicht. Interessiert keine Sau mehr. Hast du dich gefragt, ob ich einen Abschluss habe? Nicht wirklich, ja. Ich habe an allen großen Firmen, die du dir vorstellen kannst, von Google zu Microsoft zu Banken zu Pharma-Riesen, habe ich Vorträge gehalten und Schulungen gehalten. Ich habe Ärzteausbildungen gemacht mit Anfang 20. Ich habe gar nichts. In die Dichtlinie ist drin, Ausbildung. Und du bist Zauberkünstler. Ich bin Zauberkünstler, ja. Und du hast drei Jahre mit Inkas zusammengelebt. Ja, aber da kriegst du nirgendwo so einen Wisch, wo draufsteht, der darf. Ich mache da immer einfach. Und das entwickelt sich immer mehr in diese Richtung. Das ist auch nicht mehr, das ist nicht mehr retornierbar. Das ganze Alte mit, du brauchst ein Zeugnis. Was sagt ein Zeugnis aus? Null. Ich kenne Menschen, die haben drei Doktortiteln. Ganz ehrlich, deren Intelligenzquotient ist, wird die Raumtemperatur nie drüber gegangen. Die können auswendig lernen, sonst gar nichts. Und ich kenne Menschen, die sind, das ist eine Putzfrau, die ist hochintelligent. Und vor allem, die ist menschlich schlau. Bauernschlau, wie man so schön sagt. Die geht glücklich durchs Leben. Eine Note sagt nichts. Nichts, nullkomman nichts. Und von wegen Kinder was werden, was suchen wir denn ein Leben lang? Die Liebe zum Detail, dass wir uns freuen können, dass wir mit Begeisterung aufstehen können, Gesundheit, dass wir nicht voreingenommen sind. All das haben die Kinder. Bis wir dann etwas aus ihnen machen. Und sie in dieses System stecken. Genau. Der brave Banker. Wir sagen ja auch so tolle Sätze, wie, ja Schatzi, da musst du durch. So schlimm wird die Schule schon nicht werden. Ich habe es auch überlebt. Jetzt machen wir das mal im anderen Kontext. Du bist ganz kurz mein Papa. Und ich sage, du Papa, wie ist denn so eine Ehe? Du, da musst du durch. So schlimm wird es schon nicht werden. Ich habe es auch überlebt. Dann sage ich, du Kacke, ich heirate mal nicht. Aber bei der Schule haben wir akzeptiert, dass wir so darüber sprechen, fast nur negativ, und wir sagen, ja, das ist halt so. Ich denke, kam da irgendeine Gottheit vom Mars oder von der Sonne runter und hat gesagt, so, Schule wird jetzt so aufgezogen oder haben wir das selber gebaut? Was wir selber erschaffen haben, können wir auch in andere Richtungen bringen. Und das wird passieren. Und es geht nicht darum, dass meine Idee von Schule durchgesetzt wird. Weil meine Idee ist gar keine Schule mehr. Und ich weiß, dass wir dort hingehen werden, weil jeder irgendwann in diesem Prozess auf diese Punkte stoßen wird, auf die ich ausgestoßen bin. Ich mache das jetzt schon zehn Jahre, bin ich unterwegs. Und ich habe über tausend Vorträge dazu gehalten. Die Eltern, die diesen Weg beginnen, die stoßen immer irgendwann auf die gleichen Schritte. Das ist wie wenn du dich mit Wasser beschäftigst oder mit Ernährung beschäftigst. Du stoßt irgendwann auf die gleichen Punkte. Und genauso wird es bei der Schule sein. Und deswegen heißt es ja auch Schule der Zukunft in zwei, drei Schritten. Wir brauchen diese Übergangsschritte. Und die sind in Ordnung. Du kannst ja auch nicht jemandem sagen, der heute dreimal am Tag zum McDonalds geht, morgen wirst du ein Rohkostveganer. Der hängt sich irgendwo auf. Und du kannst dem Mathelehrer, der 40 Jahre das so gemacht hat, nicht sagen, hey, morgen laden sich die Kinder das aus dem Universum runter, wenn ich jetzt mal übertreibe. Der fragt dich, von welcher Webseite. Aber dem kannst du zeigen, hier schau mal, da gibt es eine Lerntechnik über Mathematik, in die schwedische Mathematik. Und dort kannst du dir 50 Prozent der Lernzeit mit den Kindern einsparen. Und diese gewonnene Lernzeit, die nutzen wir jetzt für Sport, Musik und Kunst, für Atemtechniken, für Reifen wechseln, für Glühbirne wechseln, für Kochen lernen, für all diese Dinge, die im Leben auf dich zukommen. Das sind diese verschiedenen Modelle. Müsste ich jetzt ein bisschen näher ausholen. Aber all das ist möglich. Ja, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, denn du sprichst ja oft von der Schule der Zukunft. Das ist ja so ein Begriff, der sehr oft bei dir fällt, auch in deinen Interviews, die du gibst, in deinen Vorträgen, die du hältst. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, wie sieht denn ein klassischer oder ein normaler, wahrscheinlich gibt es keinen normalen Tag in der Schule der Zukunft, aber wie würde denn so ein Tag in der Schule der Zukunft bei dir aussehen? Kommt auf an, ob du Schritt 1, 2 oder 3 haben möchtest. Fangen wir mal bei Schritt 1 an und dann kannst du darauf ja aufbauen. Schritt 1 bedeutet, wir nutzen weltweite Lerntechniken, die es gibt, um den Schulstoff so wie er ist. Wir greifen nicht in den Staat ein, wir greifen nicht in die Lehrpläne ein, wir greifen nirgendwo ein, aber wir zeigen den Lehrern, Eltern und Kindern, wie sie den Schulstoff so wie er ist viel schneller lernen können. Und über die Jahre kann ich sagen, wir können uns auf 10 bis 50 Prozent der Zeit runter reduzieren. Das geht. Ich habe auch in Deutschland Schulen, ich kann nur leider nie über Orte und so sprechen, staatliche Schulen, wo zum Beispiel die eine ist eine Schulleiterin, die ist Englischlehrerin, die ist im Oktober mit dem Jahresstoff durch. Dann sind die einfach fertig, die haben den staatlichen Lehrplan erfüllt. Und dann gehen die Theater spielen, die gehen im Wald spazieren, die machen Trommelworkshops. Und die Schulen sind staatlich anerkannt worden schon? Nein, das sind staatliche Schulen. Das sind schon staatliche Schulen. Okay. Ich gehe hauptsächlich in staatliche Schulen und strukturiere diese um. Okay. Weil das geht in jedem Schulmodell der Welt, oder? Wenn wir schneller lernen und wir nutzen das Gewonnene für Sport, Musik und Kunst und Dinge, wo die Kinder Spaß haben. Wenn du Mathelehrer bist und du brauchst nicht mehr 50 Minuten am Tag, sondern nur noch 20 und die restlichen 30 Minuten nimmst du dir Zeit, um auf die Probleme der Kinder einzugehen oder mit ihnen gemeinsam zu singen. Kann das wer unterbinden? Nein. Das ist machbar. Das Schule hat das Grundschritt 1. Ganz grober klart. Wer möchte, einfach auf die Webseite ist jeder Schritt im Detail. Zweiter Schritt. Wir gehen aus diesem Modell raus, dass uns jemand vorgibt, wann wir was zu tun haben. Dass wir nicht mehr sagen, du bist jetzt 6 Jahre alt geworden am Montag in der Früh, musst du um 8.30 Uhr mit diesem Buch und mit diesem Lehrer lesen wollen. Stell dir mal vor, ich würde das mit Erwachsenen tun. Stell dir mal vor, ich würde mit Frauen so hergehen und sagen, du, du bist jetzt 21 geworden, an deinem Geburtstag um 21.45 Uhr musst du mit deinem Partner das erste Kind zeigen. Ja, aber ich bin noch nicht bereit, das interessiert mich nicht. So wie die 6-Jährigen oft nicht bereit sind, lesen zu lernen. Manche wollen es schon mit 4, manche wollen es erst mit 10. Wer sind die, dass die beurteilen dürfen, wann du dafür bereit bist? Ich kenne Frauen, die sind mit 18 bereit, Mutter zu werden. Ich kenne Frauen, die sind mit 40 nicht bereit, Mutter zu werden. Und jetzt würden wir denen allen vorschreiben, am 21. Geburtstag musst du. Wir machen mit den Kindern lauter Dinge, die werden uns nie akzeptieren würden. Wenn du Erwachsene fragst, ob sie freiwillig noch mal in die Schule gehen würden, was kriegst du als Antwort? Niemals. In 99,99% der Fälle. Also kann das nicht funktionieren. Zweiter Schritt. Wir sondieren 90% vom Schulstoff raus. Den braucht keine Sau. Interessiert keinen. Das nennt sich Bulimie lernen. Reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung haben. Der durchschnittliche Deutsche, der 25 ist und Abi gemacht hat, wenn ich die Grundschule wegrechne, ja klar, das A kann nachmachen, der weiß noch 1,5%. Wenn ich dir jetzt all deine Geschichtsprüfungen noch mal hinlege oder die Chemieprüfungen, wie viel weißt du noch? 0,5%. Wenig. Auch wenn es 5 wären. Stell dir vor, du gehst in eine Arztausbildung und der sagt, du keine Sorge, 8 Jahre, jeden Tag 8 Stunden und nachher weißt du 1,5%. Dann wirst du sagen, bist du bescheuert? Das ist der Anti-Ort des Lernens. Du kannst nie wieder in deinem ganzen Leben so wenig lernen wie in der Schule. Das geht nicht. Du kannst nicht 8 Jahre ein Hobby und einen Beruf haben und nachher nichts darüber wissen. Das ist unmöglich. Dann müssen wir uns jetzt aber ansehen, wie Lernen eigentlich geht, dann versteht man, warum das in der Schule nicht funktionieren kann. Schritt 2. Wir sondieren 90% Schulstoff raus, den du nie wieder brauchst im Leben. Was ist 328 vor Christus am Montag in der Früh bei einem französischen Herrscher passiert, interessiert keinen. Wenn du noch nicht mal kochen kannst und noch nicht mal für dich sorgen kannst und noch nicht mal verstehst, wie dein Körper funktioniert, musst du das nicht wissen. Wenn du im Leben vollstehst und du möchtest Geschichte studieren, 1000 Rosen, bitte unterstütz dieses Kind, aber nicht allen anderen. Warum musst du lernen, wie du eine Kurve diskutierst, wenn du noch nicht mal weißt, wie du eine Partnerschaft führst oder wie du kommunizierst? Halt dich für schwachsinnig. Also, wir reduzieren es auf 10% des Schulstoffs, die wir wiederum in durchschnittlich 10% der normalen Zeit den Kindern beibringen können. Wir machen weiterhin Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten, was ich für sehr wichtig halte, aber ich würde es anders machen. Und dort fokussieren wir uns auf fünf Grundaspekte. Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten, Körper verstehen lernen, Geist und Seele bist du auch. Da könnte man jetzt zu jedem Punkt eckliche Dinge, da gehört Meditation dazu, da gehört Atemtechnik dazu, da gehört Kommunikation dazu, da zu verstehen, wer bin ich, was will ich. Dann lerne mit der Natur in Symbiosen und Kreisläufen zu leben und lerne zu lernen, wie gehe ich mit meinem Hirn um. Aha, wenn ich das so sehe, da geht es urgut und wenn ich es so mache, dann merke ich es mir gar nicht. Verstehen, wie funktioniert dieses Ding hier. Und dann zu verstehen, wie gehe ich mit Vokabeln, Zahlen, Namen, Fremdworten, Texten um. Weil egal, was du später mal machen wirst, du wirst mit irgendwelchen Art von Informationen konfrontiert. Das ist ganz grob der zweite Schritt. Dort machen wir auch viel projektorientierteres Lernen. Das heißt, nicht geometrieren, Blatt Papier, Baumhaus bauen. Oder einen Garten anlegen. Oder wenn das in der Stadt ist, dann haben wir nicht die Möglichkeit, dann machen wir ein Hochbeet. Und wenn es im Klassenraum ist, Möglichkeiten gibt es immer, aber praxisorientiert. Irgendwas mit diesem theoretischen Wissen erschaffen und nicht auf einem Blatt Papier lassen. Und dort habe ich auch mehrere Mechanismen, dass die Schule ständig an sich selber wachsen wird. Ein lebendiges Modell bleibt. Weil das Einzige, was garantiert ist auf dem Planeten, ist Veränderung. Oder in 10 Jahren wird es anders sein und vor 10 Jahren war es anders. Oder in 100 Jahren wird es wieder anders sein. Wie auch immer das sein wird. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dass wir die Kinder daran heranführen, dass sie sich an Veränderungen möglichst schnell anpassen können. Anpassungsfähigkeit. Und das Dritte ist, da werden wir in weiter Zukunft sein oder in manchen Regionen passiert das auch schon, ist es so, da gibt es noch zwei gravierende Unterschiede. Also viele, aber zwei gravierende. Du darfst dort jederzeit hingehen, du musst niemals hingehen. Du musst ein Lernort, du musst dieses Gebäude hier, du darfst, du musst nicht. Und da gibt es am Montag, keine Ahnung, Mathe mit Flavio am Nachmittag, gibt es mit Susanne Mathematik und am Dienstag in der Früh gibt es Kräuterkunde mit Riccardo und Wasser erleben oder was auch immer. Du musst dort nicht hin. Du kannst aber sagen, hey, interessiert mich, gehe ich hin. Oh, Glücksunterricht? Hm, könnte interessant sein. Und dann sitzt der 70-Jährige neben dem 7-Jährigen und wird merken, ich sollte nicht dem Lehrer zuhören, ich sollte dem 7-Jährigen zuhören. Der sieht glücklich aus. Das heißt, das ist mal das eine, nicht mehr müssen. Muss ist immer Schrott. Muss führt immer in Katastrophe. Und das Zweite ist, da dürfen nur noch weise Menschen unterrichten. Weise heißt nicht, du weißt alles, du weißt nicht alles, ich weiß nicht alles. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Weise heißt, wir setzen die Grenzen nicht mehr. Wir sagen den Kindern ja jetzt aktuell, du, Physik ist so, Chemie ist so, Mathematik ist so, das ist genauso abzulaufen, falscher Rechenweg durchstreichen. Da geht es nur um Gehorsam. Da geht es nicht um Wissen. Wissen heißt für mich, wenn der Weise ist, du interessierst dich, sagen wir mal, zu einem Wildkräuterkunde. Und dann sage ich nicht, du, das ist genau so und die Brennnessel ist immer nur so und wehe, du machst es anders. Schön, dass du dich da findest. interessierst. Hier sind meine Quellen. Hier habe ich gelesen, hier habe ich ausprobiert, bei dem war ich, mit dem habe ich gesprochen. Das, das, das sind meine Erfahrungswerte daraus. Schau mal, das und das konnte ich bestätigen, habe ich 50 Mal probiert, mit Menschen funktioniert. Aber weißt du, hier bei der Brennnessel, da habe ich was gefunden, das funktioniert sogar noch viel besser. Und weißt du, beim Löwenzahn, da bin ich mir nicht so ganz sicher, da solltest du noch weiter forschen. Nicht fixieren. Und dann zu sagen, schau mal, das ist mein Konklusio. Überprüfe jetzt mit Herz und Verstand, ob das mit dir in Resonanz geht. Wenn ja, nimm das als Basis, damit du nicht bei Null beginnst und entwickle es weiter. Nicht hier ist Ende, entwickle es weiter. Ich habe letztens so ein Lagerfeuer mit Kindern gehabt und da ist so ein Siebenjähriger, der hat so in den Himmel geschaut und gesagt, du Ricardo, ich finde die Sterne, die funkeln so schön, ich will die alle besuchen. Und er hat gesagt, ja schön, ja, weißt du schon, wie du hinkommst? Und einer der Väter so hat, nein, du gehst studieren, was ist das für eine Vierlefanzidee? Und ich so, ich habe den weggeschickt, den Vater. Ich habe gesagt, hast du einen Knall? Woher weißt du, dass dieses Kind in 20 Jahren nicht den ersten Raumhafen baut? Wenn wir ihm das jetzt kaputt treten, kann ich garantieren, baut er ihn nie. Stell dir mal vor, man hätte einem Nikola Tesla gesagt, du Junge, mit Strom und Frequenz nicht blöd rumspielen. Ja, ja, schön deine Englisch-Hausaufgaben machen. Dann hätten wir jetzt weder Licht, noch Strom, noch sonst irgendwelche anderen Dinge, oder? Das ist durch Menschen entstanden, die nicht den normalen Weg gegangen sind. Wo die Begrenzungen im Kopf nicht da waren, oder sie haben es sich nicht reinsetzen lassen. Durch die haben wir große Revolutionen und Evolutionen auf diesem Planeten erlebt, die immer zu etwas Besserem geführt haben am Schluss. Stell dir mal vor, wir setzen diese Grenzen bei Kindern nicht mehr. Und ich habe ganz viele junge Kinder, die haben die Idee, du, ich möchte die Ozeane säubern. Du, ich möchte, dass es kein Leid mehr gibt. Aber wir treten die kaputt und du sagst, du gehst jetzt mal in den Bürojob. Die haben so gigantische Ideen und die schmeißen in der Schule alle über Bord, weil ich bin ja zu blöd in Physik und in Mathe verstehe ich sowieso nichts. Das hat mit den Kindern nichts zu tun. Es sind ganz grob die Schritte, die drei. Naja, da können wir vielleicht dann auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen über die einzelnen Prozesse innerhalb dieser Schritte. Aber was mich auch noch interessieren würde, denn ich war ja selber auf einer Waldorfschule. Ich war knapp 13 Jahre, dort dann auch brav mein Abitur gemacht, habe das immer so ein bisschen als Eintrittskarte gesehen ins Studentenleben, weil ich wollte unbedingt studieren. Das war auch eine schöne Zeit, die ich dann dort hatte. Ich hatte immer irgendwie Glück, habe ich rückblickend immer so gesagt, weil ich eine sehr schöne Studien- und eine schöne Schulzeit hatte. Das lag aber auch daran, dass ich einfach an einer Waldorfschule war, die wirklich mich hat Kind sein lassen. Und das, da wäre jetzt nämlich meine Frage auch, Waldorfschule, Anthroposophie, Rudolf Steiner hat ja viele deiner Ideen auch schon in ihre Konzepte, die ja tagtäglich in Augsburg, in München, in Stuttgart, wo das Zentrum der Anthroposophie ist, werden diese schon umgesetzt. Die Idee ist ja, dass linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verknüpft werden. Also sowohl der Verstand als auch die Intuition müssen miteinander funktionieren. Und deswegen gibt es dann auch am Vormittag die klassischen rationalen Fächer wie Mathe, Englisch, Geschichte und Co. Und am Nachmittag gibt es dann Gartenbau, gibt es Töpfern, gibt es Eurythmie. Da lernt man dann seinen Namen tanzen, dieses bekannte Verurteil über Waldorfschüler. Und es gibt aber gleichzeitig auch noch ganz viele andere Alternativ-Schulmodelle in Deutschland, wie zum Beispiel die Montessori-Schulen. Es gibt freie, aktive Schulen. Also man hat eigentlich, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, hier ist es wichtig, Alternativen zu haben. Es gibt die Alternativen zum staatlichen System. Deswegen zum einen mal meine Frage, was hältst du von diesem bereits existierenden alternativen System, vielleicht auch von der Anthroposophie und der Waldorf-Pädagogik? Und warum braucht es da jetzt noch eine neue Alternative von der von dir gegründeten Schulidee? Braucht es nicht, die Leute wollen es. Ich habe keinen Deutschen je gesagt, gründen eine Schule nach den Konzepten. Aber ich weiß nicht, wohin. Ich hatte in manchen Wochen 100 Vortragsanfragen zu diesem Thema und 100 Schuleinladungen. Ich weiß nicht, wohin mit denen. Ich wollte das nie. Ich würde keine Schule gründen. Ich würde für meine Kinder keine machen. Also ich möchte es gar nicht. Ich helfe anderen Menschen, das umzusetzen. Und von der Waldorf-Pädagogik halte ich grundsätzlich sehr viel. In den meisten Punkten. Auch, dass es gut ist, dass man vormittag die Hirnhälften und nachmittag die, sage ich, wir könnten aber auch mit Mathematik beide Hirnhälften gleichzeitig ansprechen. Wir könnten auch beim Töpfern beide Hirnhälften gleichzeitig ansprechen. Das geht. Das zeige ich seit Ewigkeiten, dass das funktioniert. Also vom Grundmodell viel besser als eine staatliche Schule. Ich kann aber nicht sagen, Waldorf-Schule besser als eine staatliche Schule. Oder umgekehrt. Weil es hängt immer an den Menschen ab, die das Ding leiten. Und ich habe Waldorf-Schulen und Montessori-Schulen gesehen. Ganz ehrlich, da gibst du keine Katze hin. Das ist eine reine Katastrophe. Jede staatliche Schule in Berlin-Kreuzberg, toll. Und umgekehrt auch. Es sind die Menschen, die das Ding leiten. Und ich habe staatliche Schulen erlebt, da war ein Herz von einem Direktor da drinnen. Der hat sich handvoll lesen und seine Lehrer dort reingeholt. Das ist eine staatliche Schule. Das ist der Hammer. Die haben alle Türen abgebaut. Der klatscht mit jedem Kind in der Früh ab. Der kennt jeden persönlicher. Die reden mit dem Direktor, als wäre sie ein bester Freund. Das ist unfassbar. Es liegt am Menschen, nicht am Schulmodell. Lernen geht über die Beziehungsebene. Mag ich dich? Vertraue ich dir? Und dann ist es relativ egal, welches Schulmodell das ist. Natürlich wäre es dann immer noch besser, wenn man sagt, linke Hirnhefte, rechte Hirnhefte, machen wir es spielerisch, wir machen diese, das ist alles wichtig. Aber viel wichtiger ist, welcher Mensch ist dort vorne. Und deswegen brauchen wir eine ganz andere, ich sage mal, von der Ausbildung zu Bildung, eine ganz andere Bildung für die Lehrer. Eine ganz andere, ganz andere Kriterien, wie wir Lehrer in diesen Job hineinholen. Weil die aktuellen sind nichts. Und jetzt sage ich etwas ganz Hartes. Neun von zehn Lehrern gehören ihres Amtes enthoben. Wie viele gute Lehrer kennst du an durchschnittlichen Schulen? Was sagen die anderen? Null bis zwei. Ich habe zehntausende Erwachsene gefragt, wie viele gute Lehrer hatte dir? Null bis zwei. Ist immer die Antwort. Irgendwo dort. Und wenn du die Kinder fragst, ich habe zehntausende Kinder gefragt, wie viele der Lehrer an deiner Schule würdest du behalten, wenn du entscheiden dürftest? Durchschnittlich überleben zehn Prozent der Lehrer. Alle anderen nicht. Wir kennen das alle, also du wahrscheinlich nicht, wenn du in Waldorf warst. Bei uns im Gymnasium kommt ein neuer Lehrer rein, du weißt, du hast den acht Jahre lang und die ganze Klasse sieht sich an mit Oh oh. Du weißt, der kackt dir jetzt acht Jahre lang den Mist davor. Der weist, manche verzweifeln daran. Du kannst nichts tun. Das ist ein schlechter Lehrer. Das ist nicht ein schlechter Mensch. Das ist ein Unterschied. Das ist vielleicht ein guter Elektriker, vielleicht ein guter Schauspieler, vielleicht ein grandioser Landwirt, aber ein scheiß Lehrer. Wer darf das beurteilen? Die Kunden, oder? Nur die Kinder. Die müssen beurteilen dürfen. Feedback muss in zwei Richtungen gehen. Und wir brauchen ganz andere Kriterien, wann du Lehrer werden darfst. Und ich habe die formuliert, ich habe die an vielen Schulen auch gezeigt und dort ändert sich automatisch das. Und ganz, ganz viele, selbst 16-jährige Kinder sagen, ich würde sofort Lehrer werden so. Und tausende Eltern sagen, sie würden sofort Lehrer werden, aber sie wollen es nicht unter den aktuellen Bedingungen. Das heißt, es ist ein sogenannten Lehrermangel, den sehe ich gar nicht. Wir haben einen Bürokratieüberschuss, nicht einen Lehrermangel, das ist ein unterschiedliches, ein paar Schuhe. Wir fühlen das so schnell auf, wir hätten so viele Lehrer, dass wir pro fünf bis acht Kinder wahrscheinlich einen Lehrer hätten. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen ändern und wir müssen die Auswahlkriterien ändern und wir müssen daraus zusehen, dass die Kinder dort mitbestimmen dürfen. Ich habe ganz andere Kriterien, wie ich einen Lehrer dazunehme und ob der eine Ausbildung hat oder nicht, ist mir vollkommen egal. Du hattest ja eben auch jetzt schon sehr ausführlich von deinem Bildungsprojekt erzählt. Jetzt haben wir ja doch die große Herausforderung, in Deutschland haben wir Schulpflicht, bekanntermaßen. Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Schulgebäudeanwesenheitspflicht. Gibt es nur hier und in Nordkorea. Ja, richtig, richtig. In Österreich ist das ja bekanntermaßen nicht so. Deswegen warst du wahrscheinlich sehr glücklich, dass du in Österreich und nicht in Deutschland groß geworden bist. Aber jetzt mal vielleicht auch für viele unserer Zuschauer in Deutschland. Wie lässt sich denn in Anbetracht dieser bürokratischen, staatlichen Herausforderung so ein Konzept denn wirklich in die Tat umsetzen? Also du bist ja in sehr viele Projekte involviert. Es gibt dann die lokalen Gruppen, die das dann eigenverantwortlich umsetzen, sich von dir quasi inspirieren lassen und dann sagen, okay, so versuchen wir das jetzt umzusetzen. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was sind da so die alltäglichen Herausforderungen und wie kann man denn so eine Schule der Zukunft in Anbetracht dieser staatlichen Vorgaben in Deutschland überhaupt realisieren und umsetzen? Schule der Zukunft, Schritt eins, kann jeder umsetzen, egal in welchem Land der Welt du bist, weil das stört sich im staatlichen System ja nicht wirklich. Das kann schon mal jeder machen. Das andere ist, drei Menschen werden gefragt, sie müssen einen Baum fällen. Was würden sie als Schritt eins tun? Der erste Mensch sagt, ich nehme eine Axt. Der zweite sagt, ich hätte gerne eine Säge. Der dritte sagt, ich brauche zuerst eine Genehmigung. Welcher ist der Deutsche? Das ist das Überbürokratisierte Land der Welt. Hast du jemals erlebt, dass es Menschen an der Macht gab, die gesagt haben, wir geben euch Rechte zurück, wir erlassen euch Steuern, wir machen Dinge einfacher für euch. Hast du das je erlebt? In der Geschichte. Ich nicht. Ich pfeife da drauf, was die sagen. Wenn ich darauf warte, dass die Politik mir etwas erlaubt, da sind meine Urenkel schon verstorben bis zu dem Zeitpunkt. Das bringt gar nichts. Das hat noch nie was gebracht in der Geschichte. Da haben wir die ganze Tausende Jahre Geschichte und das hat noch nie funktioniert. Es hat immer nur funktioniert, wenn die Menschen einfach getan haben. Wenn es zu viele geworden sind. Und über diesen Punkt sind wir schon hinweg. Es gibt Herausforderungen. Manche machen es einfach. Manche lassen den Start ein bisschen rein, um ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Oder manche machen einfach Schritt eins, weil der damit kompatibel ist. Aber ich kann dir eins sagen, ich bin viel in der Welt unterwegs. Die weltweiten neuen Bildungssysteme kommen aus dem Land der Dichter und Denker. Richtig. Hundertprozentig. Je mehr ich unterwegs bin, die werden von hier kommen. Gerade weil hier so ein Druck ausgeübt wird, werden Menschen kreativ. Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich viel Angst drauf schütte, dann werden Menschen kreativ und sagen, wie finde ich Lösungen dazu. Und es wird sich immer mehr Regionen geben oder gibt es schon, die interessiert das nicht, was jemand in Berlin oder in Brüssel sagt. Wir werden in dezentrale Einheiten zurückgehen, wo wir uns selbst als Mensch, als schöpferisches Wesen betätigen. Ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich deinem Kind vorschreiben dürfte, dass er mit sechs Jahren rechnen lernen muss? Wer bin ich, dass ich das darf? Möchte ich nicht. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was wird denn da von deinen Ideen, von deinen Überzeugungen schon umgesetzt? Also wie sieht das konkret aus? Also weil sich jetzt sicherlich auch viele Zuschauer fragen und dir wahrscheinlich zustimmen, dass wenn man nicht selber in die Tat kommt, dass man dann zu einem Getriebenen wird, der einfach nur noch das umsetzt, was von oben aufdoktriniert wird. Deswegen vielleicht kannst du einfach ein bisschen berichten, wie sieht denn da schon, wie sehen denn da konkrete Erfolge aus? Wie sieht der Alltag aus? Also was gibt da schon, was ist da schon am Entstehen und was ist schon am real Existieren? Wichtig, nach der Frage werden sofort wieder die E-Mails bei mir reinprasseln, wo ist so ein Platz in Deutschland, wo ich mein Kind hingeben kann? Ja, richtig. Den darf ich dir in Deutschland niemals nennen, weil wenn es wirklich alternativ ist, wirst du verfolgt dafür. Kann ich Lieder davon singen. Da gibt es übrigens auch für alle Zuschauer, die sich jetzt fragen, ob das alles nur obskure Verschwörungstheorien sind. Nein, es gibt ganz viele Berichte auch zu dir, dass du beispielsweise bei MDR Investigativ, gab es einen Investigativbericht zu deinem Projekt mit dem Ziel, dich zu diffamieren, dich als einen rechtsesoterischen Schwurbler zu bezeichnen. Alles außer Pädophilie abbekommen. Alle Begriffe. Die Taz hat ja sogar geschrieben, wenn man deinen Namen googelt, wenn Schwurbler Schulen gründen. Ganz kurz, weißt du, wo der her entstanden ist? Der Titel? Weil deutsche Institute auf mich zugekommen sind und große Firmen gesagt haben, du, was aus den staatlichen Schulen kommt, mit denen können wir nicht mehr arbeiten, wir sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um freie Schulen zu gründen. Und haben mich gebeten, dass ich ihnen Konzepte mache. Daraus, wo ist das entstanden? Die Taz hat halt was anderes drüber geschrieben. Das ist ein anderer Café. Aber es sind immer die Medien der Stadt, der was dagegen hat, nicht die Menschen. Und ich wüsste genau, wie ich reden muss, dass die Medien mich mögen. Und die lieben Medien sind keine. Die Definition eines Journalisten ist, dass er sich beide Seiten anhört. Keiner hört sich meine Seite an. Sie schreiben über mich. Keiner schreibt mit mir. Ja, deswegen sitze ich heute hier, um mit dir auch darüber zu sprechen. Wir haben ja vorhin mal gesprochen, wo im Vorgespräch was heißen hat, sie werfen mir dann zum Beispiel Antisemitismus vor. Und ich sage, die ganzen jüdischen Projekte, die laden mich ein. Dann passt das wohl nicht zusammen. Und wenn ich diesen Medien schreibe, hey, wo sage ich denn das? Wo hätt sich denn gegen, keine Ahnung, die Araber oder die Juden oder was auch immer, dann sagen sie, ja, das geht mich nichts an. Sie haben das gefunden. Dann sage ich, ja, ich würde das Video ja auch sofort löschen. Und ich würde mich auch sofort bei dieser Community entschuldigen, wenn ich jemanden beleidigt hätte. Aber sie können mir nicht mal sagen, wo ich das tue. Und ich weiß, was ich spreche und ich weiß, was ich nicht spreche. Ich finde es nicht. Und all diese Menschen, die ich angeblich beleidige, die laden mich alle ein. Also das ist ein komisches Zusammenspiel. Also was passiert in den Schulen schon? Es gibt, wie gesagt, viele staatliche Schulen. Ach, ganz klar, Satz zurück. Bevor dann Menschen sagen, wo sind diese Plätze in Deutschland, das ist leider das Problem, jedes Jahr kommen Zehntausende. Wenn ich jedes Mal von jedem Deutschen, der sagt, wo ist so ein Platz für mein Kind, ein Euro kriegen würde, würde ich Ferrari fahren und nicht Opel. Nichts gegen Opel. Und von den 10.000 kommen durchschnittlich vier auf mich zu und sagen, ich bin bereit, solche Plätze zu erschaffen. Von denen braucht es mehr. Es gibt einen Haufen staatlicher Schulen, wo manchmal die ganze Schule das umgestellt hat. So wie der eine in München, wo ich gesagt habe, wo die eine Schulleiterin Englischlehrerin ist, wo die alles umstrukturiert haben und die bis Oktober das ganze Jahr abschließen und dann halt Projekte machen. Und das, was sich Spaß hat. Dann gibt es in Dresden zum Beispiel einen Mathelehrer, der sagt, du, mit Arten und Dingen, ich gehe mir nicht raus, ich bin Mathelehrer. Und der hat gesagt, du, ich nehme mir aber jeden Tag 25 Minuten Zeit, weil ich brauche nur noch 50 Prozent für die Kinder. Da schaffe ich Mathe. Und frage sie jeden Tag, wie geht es euch, wo gibt es Probleme, wie können wir die gemeinsam lösen. Und alles dazwischen gibt es auch. Es gibt welche, da ist viel umgebaut worden, es gibt welche, da ist wenig umgebaut worden, es gibt hunderte Lerngruppen, teilweise hunderte pro Bundesland. Ich habe das mal in Sachsen gemacht und wir haben Postleitzahlen, habe ich aufgerufen. Und habe nur gesagt, wenn ihr ein Projekt kennt, hebt die Hand. Wir haben keine Postleitzahl ohne gefunden. Aber in Deutschland verstecken die sich alle. Alle sagen, sie sind alleine. So, ich bin jetzt auf Tour, nur in Südbayern. Und ich war schon oft in Südbayern. Und wir haben jeden Tag volle Räume. Und jeder sagt mir, ich bin ganz alleine und niemand interessiert sich dafür. Wie kann das sein, dass ich hunderte Vorträge hier gebe, jedes Mal habe ich eine volle Bude und alle sind alleine. Das passt doch nicht, oder? Und was dann noch passiert ist, Politiker, die im öffentlichen A sagen, melden sich im Hintergrund bei mir, sagen, du, ja, ich weiß, aber für mein Kind wäre es bitte schon wichtig. Nicht nur Politiker, auch berühmte Menschen, die das dann anders wollen im Hintergrund für sich. Ich habe auch, wie soll ich das sagen, öffentlich, ohne dass man das jetzt, in ein, zwei Bundesländern aus dem Ministerium, Menschen, die sich bei mir melden und intern unter anderem Namen Dinge machen. Okay. Also da passiert sehr viel. Es ist nicht rechnenierbar. Im Hintergrund. Nicht in der Öffentlichkeit. Nein. Ihr werdet das deutsche Schulsystem 2032 nicht wiedererkennen. Ganz egal, ob ich heute aufhöre oder nicht. Meinst du tatsächlich, ja. Ja. Sonst wäre ich heute nicht hier. Mhm. Ich habe einen Keller voller Wasser. Ja. Aber wir Überflutung hatten in Österreich. Mir ist nicht langweilig in meinem Leben. Mich interessiert so viel. Ich könnte 10.000 Jahre alt werden. Und mir wird noch immer nicht langweilig. Wenn Deutschland sagt, sie brauchen mich bildungstechnisch nicht mehr, wird mir nicht langweilig. Mhm. Und wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt wäre, dass das kippt und in eine ganz andere Richtung geht, ich würde zwei Zauberschosse im Monat machen, die restliche Zeit irgendwo auf einer Insel sitzen und lesen. Mhm. Oder reisen und Menschen studieren. Mhm. Das wird passieren. Das ist bremsbar, Mhm. Aber nicht stoppbar. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Das kommt. Das heißt, wir erleben gerade eine Bildungsrevolution. Evolution. Revolution. Revolution ist gegen. Evolution heißt, sie entwickelt sich. Mhm. Wir haben daraus gelernt, aus dem was war. Und sie ist friedlich. Ich möchte nicht staatliche Schulen abschaffen. Aber wenn neun von zehn Kindern dort unglücklich sind, dann brauchen wir was Neues. Wenn es eine Schule ist, wo neun von zehn Kindern zu mir sagen, wir sind glücklich hier, dann lasse ich die Finger davon. Und Evolution heißt, Stück für Stück jeder für sich selber. Nicht, wir stürmen jetzt irgendwelche Gebäude, wir bauen um. Mhm. Wir machen einen sanften Übergang. Mhm. Und jeder darf entscheiden, wie schnell er den wählt für seine Region. Mhm. Ich mache die Werkzeuge, ich gehe mutig, ich gehe voran. Was jeder dann für sich macht, bei welchem Teil der Schule oder der Zukunft er einsteigt. Oder ob er auch nichts davon annimmt und nur sagt, ah, wir sollten es aber verbessern, ich mache das auch mit eigenen Ideen. Tausend Rosen. Mhm. Es wird Millionen verschiedene Schulen geben in Europa mit zehntausenden verschiedenen Schulkonzepten. Weil jedes Kind einzigartig ist. Wir werden ähnliche Grundpfeiler wahrscheinlich haben. Dass wir denen wahrscheinlich allen Lesen beibringen. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendeine Schule kommt und sagt, nee, Lesen, man braucht die Kinder nie wieder. Wir werden denen ähnliche Dinge beibringen, wir werden ähnliche Werte wahrscheinlich haben. Aber wie sich das dann entwickelt, wie ein Kind, sagen wir mal, Potenzialentfaltung sieht oder Spaß hat im Leben. Ich habe Spaß auf der Bühne als Zauberer, du vielleicht nicht. Ein anderer hat Spaß, Lkw-Fahrer zu sein. Ich nicht. Wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Die Schulen werden hauptsächlich in die Richtung gehen, dass wir den Kindern Werkzeuge an die Hand geben. Dass wir ihnen zeigen, dass sie ein Genie sind, dass sie alles erreichen können, weil alles in ihnen schlummert und dass wir ihnen dann alle Werkzeuge geben, die sie brauchen. Und alles andere liegt in der Eigenverantwortung. Es ist wie wenn du sagst, du willst keine Ahnung, fitter werden, abnehmen, zunehmen, was auch immer. Und ich sage, hier ist eine Fitnessstudio-Karte, hier ist ein Trainingsplan, der auf dich zugeschnitten ist, ob du hingehst und jeden Tag dir den Hintern aufreißt, das geht mich nichts an. Und diese freie Wahl möchte ich auf allen Ebenen haben. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Jetzt möchte ich ganz gerne auch noch mit dir darüber zu sprechen kommen, wer denn deine Menschen waren, deine vielleicht auch Philosophen oder Lehrer im weitesten Sinne, die dich inspiriert haben. Klar. Es gibt diesen Satz, den ich mal gelesen habe, alles was ich weiß, weiß ich von einem anderen. Das heißt auch du, ich auch, habe über meine 30 Jahre und deine knapp auch 30 Jahre gelernt und wir haben uns selber gebildet. All das, was wir uns angeeignet haben, hat uns ein Stück weit zu dem gemacht, der wir heute sind. Das heißt, diesen Prozess hast du ja auch durchgemacht. Nicht so stromlinienförmig, wie es 90 bis 99 Prozent der Menschen da machen, aber auf andere Art und Weise. Deswegen meine Frage an dich, was waren denn für dich die wesentlichen Begegnungen in deinem Leben, vielleicht auch Schriften, vielleicht auch Bücher, die du gelesen hast, aus denen du deine Überzeugungen abliest. Oder ich frage mal anders, wie viel ist Riccardo und wie viel ist fremdes Wissen im Sinne von Inspiration, die man sich über Bücher, Lektüre, Austausch und so weiter holt? Also, ich habe keinen, wo ich sage, da würde ich nachgehen. Also ich sage, ich würde auch nicht studieren gehen, dann kann ich nur erfahren, was andere schon wissen. Das ist eine Begrenzung für mich. Ich habe keinen, wo ich sage, Rudolf Steiner Bücher habe ich alle gelesen oder Montessori Bücher habe ich alle gelesen oder Gerald Hüther Bücher habe ich alle gelesen oder Vera Birkenbiller oder solche, aber die haben alle angesehen. Ich habe daraus ursprünglich meine Konzepte gemacht. Ich habe die alle weggeworfen. Ich habe vollkommen damit aufgehört. Ich habe nur noch angefangen, die Kinder zu fragen. Ich setze mich vor die Kinder hin, ich probiere was aus, ich schaue, wie sie reagieren. Ich frage sie, was sie sich vorstellen. Ich frage Kinder. Ich sage, ich stelle euch vor, ich bin Gott und Bildungsminister in einem und ich kann Schnipp machen und die Schule ist neu erfunden. Wie sieht die aus? Was sind Fragen, die ihr immer hattet, wo die Eltern und die Lehrer gesagt haben, weil es so ist? Wie können wir das lösen? Was sind die Dinge, die ihr euch vorstellt für die zukünftige Welt? Ich mache das alles mit Kindern. Weil ich gemerkt habe, die Erwachsenen haben ein sehr, sehr begrenztes Denken, inklusive mir. Und deswegen baue ich diese ganzen Dinge mit Kindern auf. Und da bin ich auf die wirklich spannenden Dinge gestoßen. Es gibt Basisdinge, die ich auch immer sage, die gibt es auf der Welt. Die indisch-schwedische Mathematik gibt es seit 3000 Jahren, die habe ich nicht erfunden. Memotechnik und Logitechnik gibt es, glaube ich, seit den Griechen. Habe ich auch nicht erfunden. Ich habe eigentlich nur das gemacht, was jeder Selbstständige basismäßig tut. Er fragt die Kunden, wie es ihnen geht und wie man das Produkt für sie besser machen kann. Die Kunden sind in dem Fall die Kinder. Ganz ehrlich, wenn du einen Elektrofachladen hast und der läuft nicht gut, fragst du nicht deinen Nachbarn. Du fragst die Kunden, hey, passt das Produkt nicht, die Öffnungszeiten nicht, sind die Mitarbeiter unhöflich, ist der Standort schlecht. Und ich frage das die Kinder. Okay. Ich frage die Kinder, warum habt ihr Probleme in Mathe? Und dann komme ich drauf, aha, weil die Lehrerinnen dauernd sagen, weil es so ist, und dann nicht mal begründen, warum sie Mathematik brauchen. Und ich, meine Aufgabe ist es dann, mit dem Erwachsenen denken, was die Kinder wiederum nicht haben, dafür Lösungen zu finden. Und ich überprüfe diese Lösungen so, ich gehe dann in die nächste Klasse voller Siebenjähriger, zeige ihnen das, wähle ein, zwei aus, sage ich, ihr geht jetzt in die Nachbarklasse und erklärt denen Mathematik auf diese Art und Weise. und wenn die mir das dann richtig erklären können, die Nachbarklasse, dann machen wir hier weiter. Ob da jetzt ein Professor seinen Siegel drauf gibt oder nicht, sein Sanktus, interessiert mich gar nicht. Ganz einfach, meine Währung für Bildung ist sehr einfach. Habe ich leuchtende Kinderaugen, mache ich weiter. Schauen die mich an, finde ich blöd, schmeiße ich es raus. Oder prüfe, kann ich es irgendwie anders machen, dass sie es doch gut finden. So wie in der Wirtschaft. Weil die Frage kommt ja oft, ich erinnere mich da auch noch an mein Studium, wo ich eben auch ein bisschen Philosophie noch nebenbei hatte, wo eben dann oft die Fragen gestellt worden sind, wenn man sich mit den Menschen unterhält, wer sind denn deine Grundpfeiler, was war deine Lektüre und so weiter. Und jetzt hast du... Die Kinder. Die Kinder, richtig. Das hast du jetzt sehr gut beantwortet. Und wir hatten jetzt vorhin schon kurz darüber gesprochen, es gibt die Anthroposophie, Rudolf Steiner, du hattest auch mal in einem Interview, ich glaube mit Gunnar Kaiser, warst auch davon gesprochen, dass dir die Dreieinigkeit, Körper, Seele und Geist, die ja auch bei Rudolf Steiner vorkommt, auch sehr wichtig ist in deinen Konzepten. Und das ist ja jetzt ein Konzept, das hast du nicht neu erfunden, das gibt es auch schon. Körper, Geist, Seele gibt es schon länger. Gibt es schon auch vor Rudolf Steiner. Richtig, richtig. Aber es ist ja auch ein Konzept, das in unseren heutigen Bildungseinrichtungen nicht mehr vorkommt. Genau. Effektiv gibt es keine Dreieinigkeit, es gibt im besten Fall noch den Körper. Seele und Geist, naja, was ist das eigentlich? Richtig. Genau, und deswegen wäre jetzt noch so meine Frage an dich, du sprichst eben von dieser Dreieinigkeit, Körper, Seele und Geist, die ja auch für die Entwicklung eines jeden Kindes sehr, sehr wichtig sind. Also, wie kann man denn diese Dreifaltigkeit, nenne ich sie jetzt einfach mal, beim Kind so fördern, dass sich jedes Teil davon, jeder Teil davon, also sowohl Körper, Seele und Geist, ganz frei entwickeln können? Du musst mal verstehen, was es ist. Richtig. Ich mache jetzt mal mit dir auf kleines Kind, im schnellen Durchlauf. Ja. Schließ bitte mal die Augen. Stell dir vor, du stehst im Frühling barfuß im Wald. Die Füße in so einem weichen Moosbeet, es riecht alles nach Harz, es riecht nach Waldboden, nach Hummus, die Vögel zwitschern, es kommt leichte Sonnenstrahlen durch, du berührst einen Baum, du spürst die raue Rinde, du spürst die Kraft, die in diesem Baum drinnen ist, du atmest die frische Luft in diesem Wald. Kannst du es riechen, kannst du es schmecken, kannst du es fühlen. Das Zähnenwechsel. Du bist plötzlich in der Karibik am Strand, die Beine so ein bisschen in den Sand eingegraben, so eine warme Welle spült um deine Knöchel und hinter dir wird die Kokosnuss geköpft und du riechst die salzige Brise vom Meer kommen. Mach die Augenbild auf. Konntest du es riechen, greifen, schmecken, fühlen, irgendwas davon? Ja. Man merkt auch meistens, wie sich der Mensch dann beruhigt oder wie bei den Kindern sich die Ausdrücke ändern, der Körper sich ändert, die Haltung sich ändert. Das heißt, warst du an einem dieser zwei Worte jetzt? Ja, am zweiten. Nee, nee, du warst hier, die Kamera hat es drauf. Ja, ja. Ich hatte jetzt gedacht, gedanklich natürlich. Ja, ja. Du. Ich frage die Kinder genau so. Du. Dann sagen die, nein, aber ich war dort. Nee, 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 Maxi, du warst hier, ich habe dich genau gesehen und beobachtet. Nein, ich war aber dort, ich habe es geschmeckt, ich weiß noch. Und dann kommen wir nach einer Viertelstunde meistens noch drauf, ah, ich war dort. Mein Körper blieb hier. Und dann kommen die, dann kommen die Kinder oft nach einer Stunde drauf, ja, aber, du, Ricardo, ähm, dann bin ja ich, ich und ich habe einen Körper. Sag ich, ja. Ja, aber das heißt, der, der mich da so nervt und auch der, der mich mobbt und der lehrt, die können ja gar nicht auf mich zugreifen, wenn ich das nicht zulasse. Sag ich, ja. Das heißt, meine Träume kann niemand zerstören, außer ich selber. Sag ich, ja. Weißt du, wie schön das ist, wenn Kinder das verstehen. Ja, dann hätte ich jetzt noch ganz viele Beispiele, wie man selbst an Mathematik über Körper, Geist, Seele bei denen reingehen kann. Aber das wird jetzt ein bisschen zu lang dauern. Aber das ist so ein ganz schnelles Beispiel, wie ich mit den Kindern dort hineingehe, dass sie das verstehen lernen. Ja, das war eine schöne Reise, vor allem in die Karibik. Bitte nie so schnell mit den Kindern durchspielen, nehmt euch ein paar Minuten Zeit dazu. Aber das ist so ganz grob ein Beispiel dazu. Nee, es war deswegen schön, weil ich war vor einigen Jahren mal auf Kuba und da kamen jetzt gerade wieder die Gefühle hoch, wie als ich damals am Strand lag und eine frische Kokosnuss mir geklaut hatte vom Baum. Schon ein gutes Gefühl, oder? Tolles Gefühl, gerade jetzt im Winter. Fühlt sich gut an. Ja, und vielleicht auch noch ein spannendes Thema ist ja, dass ich beobachte und wir alle beobachten, dass die Kinder, die Jugendlichen immer mehr eine Symbiose mit diesem Teil bilden. Dieses Teil nennt sich Handy und ist für die meisten Kinder Gift. Vor allen Dingen, wenn sie es zu früh bekommen, was vor allen Dingen die Entwicklung da oben angeht. Das wirst du besser wissen als ich. Und das ist ja auch vor allen Dingen eine Herausforderung für die Eltern. Wie geht man damit um, wenn mein Kind auf einmal mit elf, zwölf oder früher wahrscheinlich auch schon sagt, all meine Freunde haben ein Handy, all meine Freunde dürfen an diesem Handy spielen, telefonieren, was man auch immer als Kind damit macht. Ich habe selber noch keine, aber wahrscheinlich werden es ähnliche Dinge sein. Das heißt, wie, aber erst mal vielleicht so ein bisschen die Gefahr, wie nimmst du das zurzeit wahr bei den Kindern da draußen? Ich bin jetzt gestern mit dem Zug hier hingekommen und bei mir im Zug saßen schräg gegenüber auch mehrere Heranwachsende, die sich die ganze Zugfahrt über nicht unterhalten haben, sondern nur an ihrem Handy saßen. Ich habe mir gedacht, Mensch, ihr sitzt drei, vier Stunden in diesem Zug und könntet so schöne Dinge machen und ihr verbringt sie nur an diesem viereckigen Teil. Also wie gefährlich ist das zum einen und zum anderen, wie geht man in euren Konzepten mit dieser Herausforderung um? Lernen geht über die Beziehungsebene und im zweiten Fall über die Vorbild-Ebene. Wenn es Eltern gibt, die ich über Spitze sagen, Kinder, also so Telefone sind gar nicht gut für euch, die machen euch die Augen kaputt, bitte lasst die weg, tut bitte mehr Bücher lesen und dann ist die Glotze doppelt so groß wie das Bücherregal, dann darfst du nicht erwarten, dass deine Kinder vom Handy wegbleiben. Ist mal logisch. Das Problem liegt bei den Eltern, nicht bei den Kindern. Hinter jedem Computerspiel, was die da spielen, die Kinder können da acht Stunden konzentriert sitzen, liegt eine Emotion, die sie im realen Alltag nicht mehr bekommen. Hat man in Amerika gemacht bei Computerspielsüchtigen und da gibt es welche, die spielen so lange, bis sie tot umfallen, weil die nicht mehr trinken und essen. Da kann man sich nicht vorstellen. In Südkorea gibt es das auch. Und dann hat man aus diesen gleichen Computerspielen die Belohnungssysteme rausgenommen. Das Spiel blieb genau dasselbe, aber es stand am Levelende nicht mehr, du bist der Größte, der Beste, Prinzessin gerettet, 300 Punkte, 500 Münzen, zwei Upgrade, du kennst diese ganzen Dinge. Das hat man rausgenommen. Nur noch Level Anfang, Level Ende. Nicht mehr, du bist toll, nicht mehr, du hast es geschafft, nicht mehr, ich bin stolz auf dich, nicht mehr, du hast irgendwas erreicht. Die haben aufgehört zum Spiel. Das Spiel blieb dasselbe. Das gleiche war es bei Smartphones. Hast du ihnen gewisse Belohnungssysteme rausgenommen, haben sie aufgehört. Und dann siehst du dir mal an, was das meistgespielteste Spiel bei Jungs, Minecraft, weltweit, mit Riesenabstand. Ich kann mir dort mit allen möglichen Arten von Lego-Bausteinchen, jetzt mal sehr einfach erklärt, für jemanden, der es nicht kennt, eine eigene Welt erschaffen, dort Abenteuer erleben. Wenn ich das in meinem realen Alltag nicht mehr darf, will ich es zumindest digital erleben. Was das meistgespielteste Spiel bei den Frauen? Sims. Ich kann dort ein Zimmer dekorieren, ein Haus gestalten, einen Garten anlegen, eine Familie gründen. Wenn ich mit 13 Jahren nicht mal in meinem eigenen Zimmer bestimmen darf, welche Farbe die Vorhänge haben, dann darf ich mich nicht wundern, dass dieses Wesen das irgendwo ausdrücken möchte. Oder was schauen ganz viele Anime-Serien? Früher Pokémon, heute keine Ahnung, was sie jetzt gerade schauen. Das sind immer diesen riesigen Guckern und wo dort geschrien und gebrüllt wird in alle Richtungen. Im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wenn die sich freuen, geht die Emotion voll raus. Wenn die sich nicht freuen, dann geht die Emotion auch voll raus. Und was sagt man den meisten Mädchen? Mädchen sind immer ruhig, die sind immer brav, die sind immer leise, die schreien nicht. Die unterdrückt man damit total. Es gibt auch mal Mädchen, ich mache das jetzt nicht laut, das ist fürs Mikro nicht gut, die wollen mal am Tisch schauen und sagen, Scheiße finde ich das hier. Dürfen sie auch nicht. Also wollen sie digital jemanden sehen, der ungefähr in ihrem Alter ist, was meistens in den Serien so ist, der das ausspricht, was sie sich denken. Und wenn du dir ansiehst, bei jedem Spiel gibt es eine so eine Hauptemotion, die sie meistens damit triggern. Wenn du diesem jungen Wesen die im realen Leben wieder gibst, ist das Ding sowas von uninteressant. Wir geben es ihnen aber nicht. Und dann brauchen sie einen Ersatz. Warum gehen Menschen in Drogen? Weil sie irgendwas nicht aushalten. Jetzt können wir denen die Drogen verbieten. Das bringt nichts. Dann sucht er sich einen anderen Weg. Wir müssen uns ansehen, was hält da nicht aus und warum. Wo ist die Ursache dahinter? Und dann kannst du nur über Verständnis gehen. Ich sage, schaltet es mal ein. WLAN, Bluetooth, 5G, alles. Und jetzt schläft jeder mal am Ohr eine Nacht auf dem Handy. Einfach mal bewusst reinmachen. Mein Papa hat mir mit drei Jahren in der Wohnung so einen Kamin und mit offenem Klas so schön zum Anschauen und jetzt will der dreijährige Ricardo was, der will dann natürlich in dieses Feuer, weil es ja faszinierend für so einen kleinen Jungen. Und jetzt hat er sagen können, nein und weh und Verbot und was auch immer. Oder er hat dann gesagt, du, ich sehe dich fasziniert Feuer, möchtest du es mal berühren? Ich sage, ja. Dann hat er gesagt, reicht dir für den Anfang auch ein kleines Feuer? Ja. Hat mir eine Kerze angezogen, einen kalten Lappen dann eben hingelegt und gesagt, wenn du möchtest, darfst du da hinein. Mir war sonnenklar, warum ich in das große Feuer die Pfoten nicht hineinstecke. Wenn ich das nur mit Verbot gehabt hätte, hätte ich das gemacht, sobald ich es sich umdrehe. Wenn wir den Kindern nur sagen, mach das nicht und es ihnen nicht anders vorleben und ihnen kein Verständnis, Praxisverständnis dafür bringen, warum es schlecht ist, dann dürfen wir nicht erwarten, dass sie es anders machen. Lieber Ricardo, mit diesem spannenden bildungsphilosophischen Statement sehe ich jetzt gerade, dass wir schon über eine Stunde in der Zeit sind. Das Seminar beginnt hier jetzt demnächst. Du hattest mir im Vorhinein gesagt, du würdest ganz gern vorher nochmal kurz auf dein Zimmer die bisschen sortieren, bevor es dann losgeht. Nach dem Auto gehe ich manchmal gern duschen, ja. Ja, genau. Und diese Zeit möchte ich dir noch gönnen. Deswegen bedanke ich mich vielmals bei dir für dieses wirklich sehr besondere, sehr inspirierende Gespräch. Ich bin jetzt gespannt auf das heutige Seminar. Ich werde auch noch natürlich hierbleiben. Das wird auch für mich das erste Mal sein, dass ich dich dann... Du kannst dir dann noch einen kleinen Nachpart aufnehmen nach den fünf Stunden. Schau mal, was dein Kopf macht. Ja, wahrscheinlich wilde Sachen. Mal gucken, wo ich lande, ob es Karibik sein wird, hier der Bayerische Wald. Karibik wäre natürlich schöner. Ganz vielen Dank für deine Zeit. Ganz viel Kraft für deine Projekte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf diesem Lebenswege irgendwann nochmal begegnen würden. Jederzeit wieder. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuschauer. Ich hoffe, euch hat das Gespräch so gut gefallen wie mir. Und ja, jetzt wünsche auch ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Gespräch sehen werdet. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zum nächsten Interview hier auf meinem Kanal. Ciao.